hallo liebe community-familie und zuschauer ich bin es wieder jemand kommt mit der 18 folge von segiru ja letzte folge haben wir ja den general besiegt und dann die bekanntschaft mit einer riesenschlange gemacht m 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 sein, dass mir das nicht gefallen wird? Ja? Durchaus. Möglich, sagst du. Das wird mir nicht gefallen. Oh, Scheibenkleister. Mama. Alter. Alles klar. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Achtung. Alter! Ey, wie soll man? Zwei Tode, ey. Was ist ein Reiter? What the hell? Ein verschissener Reiter! Hi! Tschüss! Komm mal, tschüss! 2 3 1 1 Oh, oh. No. Ein Hjong-Win. No. Ein Hjong-Win. Ein Hjong-Win. Ein Hjong-Win. Ein Hjong-Win. Ja, er wünscht mich. Ja, ab... Eing-Win. Eing-Win. Ja, ich warte. Eing-Win. Ein Hjong-Win. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mal hab ich mich noch. So ein Kampfmann ist. Das war's für heute. 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 Mmh. Hmm. Oh, und schlusslich. Okay. Okay. Hmm. Hmm. Okay. 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 Ah! 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 Yeah. Ja, zwei Tore, äh, zwei Tore, sag ich schon, Tote. Ich krieg den klein. Aber wahrscheinlich nicht mal diese Folge. Aber das kotzt mich an. Guck mal auf die Uhr, schaffe ich dann? Ja, eine Folge werde ich nochmal gleich dranhängen. Aber erstmal heißt es Embleme sammeln. Äh, weil die freu ich nicht unbedingt. Was, krieg ich keine Embleme mehr? Oh, nein. Oh, nein. Okay. Okay. Zack. 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 Geisterblume kaufen. So. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für das Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Gehmannico ist raus. Kurz und schmerzlos heute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal den ich euch ganz herzlich will. Schaut da mal rein. In dem Sinne. Zack gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.